2. Jahrhundert im Judo, den gehe ich seit 1993, 1992, der kommt aus dem Iraner. Über 400 Kilometer kann man schon sein. Der Markus Vega, der kommt aus dem Karateo Tsunuzo, der kommt auch unter 20 Kilometer von hier. So, ich war zuerst aber an. Und wenn er hier von Arzfeld, also im Buckelsbergreis. Also, die passen genauso. Also, das ist ein Bodenkämpfer. Also, wenn er den, der mich am Boden hat, dann muss ich eigentlich die Maschiniergeherde hinter mich. Also, da hier muss man schon sehen, er hat gedacht, ich soll einen Bodentämpfer und einen Hacker. So, Markus. Mach mal so hier. Nehmen wir, ganz einfach, simpel. Ob es ein Stich, ein Messer stießt nach hier, oder einfach den Abstand. Wir kämpfen jetzt, die erste Theorie, praktisch bis aus dem Abstand auf hier zum Beispiel. Wir boxen uns gegen, ja. Und jetzt kommt der einen Schlag. Okay? Kannst du, genau? Ja. Und jetzt kommt der einen Schlag, der will mich hauen. Achtung. Ja. Genau. Zurück. Also, das heißt, wir können filmen, da will er nicht hauen. Hopp. Das heißt, mir ein Block von hier. Ja. Oder, bin ich da hin, da kommt er. Hopp. Versa. Da reicht mir ein Block von hier. Jetzt bin ich mit dem ein bisschen im Geschäftsziegel. Da kommt er mir. Hopp. Das ist mein S. Achtung, das ist mein Estimum. Dieser S. Hopp. Jetzt kommst du bis gleich. Ja. Hopp. 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 Soll ich so ziehen? Soll ich so ziehen? Komm! Ich erst vor. Lange mit Schwäck. Ein Zimmer. Mach sogar in jedem Haus später. Nein, da abdreht jetzt. Zeig, wo ich hin will. Schau, Läger. Schau, Läger. Pass! Nicht? Was? Eins, zwei. Schwung holen. Das ist Ihre Behauptung. Genau. Ihre Behauptung ist? Schau. Ja. Musst du schnell zurückziehen. Schwung holen. Schlag. Den kurzen Weg. Zeig. Diese Forme ist. Wir sind nur in einer Hochstelle. Jetzt die zwei sind das Gleiche. Die zwei sind her. Die zwei sind her. S. Du ist ruhig. Na ich bin hier! Klar, ich bin in einer Reihe. Aufeinander! Läger bei dir. Also, hier ist der S. Zeige ich hier. Schreibe ich hier. Guckst du nach. Ja, das ist die Buchstabe zum Beispiel S. Der erste reicht ihm, der zweite reicht ihm auch. Zwei Kuppel, das ist sie. Das ist mein Erster, Halt und Kreis. Da ist ab, schritten, schritten, schritten. Ja, das ist das. Vorsicht, schritten. Hör mal, schritten, locker, ich habe ihn nicht. Eee, das ist das. Eee, das ist das. Eee, das ist das. Okay, jetzt, wie kann ich das eins machen? Eee, ksss, 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 ksss. Das ist das, was ich machen. Ich mache hier meine Hand, das ist nur ein Zeichen, das sehe ich nicht. Ich brauche nur, um mein Eis zu schreißen, zu schreißen, nicht wirklich, hier, trotz zu deinem Duft. Ich muss gar nicht fahren, ich bin am Telefonieren. Ich bin am Telefonieren, ich bin am Telefonieren, ich bin am Telefonieren. Das ist mein erster Halbkreis, der zweite. Ich bin am Telefonieren, ich bin am Telefonieren.